wir sind gerade im hotel angekommen und jana rastet total aus weil sie zu hause nimmt sie kein besen in die hand und im hotel freut sie sich ich wollte schon immer mal hier durchfliegen uns geht es jetzt los ins kraftwerk da ist er vor knuppe ich sag euch leute hier ist was los das ist ganz geil man braucht jetzt ein passwort um da hoch zu kommen und franziska krippe weiß das passwort nicht das wäre so lustig gewesen jetzt hier gestanden also was ich sagen wollte das ist total krass denn der türsteher wird hier durch lena gerke gespielt ja